Also habe ich ein Angebot gemacht mit Reikowitsch, er schreibt nicht zurück und schreibt immer noch nicht zurück, nimmt auch nicht an und geht dann offline. Und dann schreibt Nils dem Kurzerband, er meinte, ja jetzt bin ich im Bett, jetzt kann ich es nicht annehmen. Das ist ein Typ, ne? Das ist ein absolute Flachpfeife, ich muss einmal ganz kurz hier wieder Werbung schalten. Bis gleich! Verdammt, ich habe außerdem 90 Sekunden geschaltet, das wollte ich gar nicht. Ach Gottchen, uns bleibst du erhalten, das ist doch super. Huch, ich habe gerade bei Paper glaube ich mein falsches Passwort eingegeben, oder nicht? Welches ist denn das richtige? Oh Tobias hat nochmal ganz oft einen Cent gespendet, stark. Wer ist Tobias? Ja, hier ist so einer, die spenden hier doch alle wie verrückt, einen Cent. Und ein paar Euros und so einen Scheiß. Du hast die besten Fans. Aguero habe ich gezogen! Oh mein Gott! Ich habe das gar nicht gesehen! Hahahaha! Uuuuh! Hahahaha! Hahahaha! Du bist eine kleine Note. Hahahaha! Du bist eine kleine Note. Hahahaha! 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 Was ist los mit dir? Hahahaha! 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 Ich muss nochmal kurz was bei Paper gucken! Ich habe gar keine Zeit mir meine Packs anzugucken! Hahahaha! Ich muss weiter bei Paper gucken! Hahahaha! 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 100.000. Na Mensch, da kommen wir ja heute nochmal ein bisschen im Plusbereich.